Im Rahmen der Wirtschaftsbund-Aktion Dialog Niederösterreich besuchte der Wirtschaftsbund bei seiner Zuhör-Tour mehr als 100 Betriebe und diskutierte mit über 500 Wirtschaftsbund-Funktionären in allen Bezirken des Landes. Das Ergebnis daraus wurde jetzt in St. Pölten präsentiert. Insgesamt haben wir von unserer Tour 150 Punkte mitgenommen, die wir alle jetzt in einen Forderungskatalog einarbeiten werden. Und daher brauchen wir auch unser Programm für 2025 bis 2025 aufarbeiten werden. Eine IMAs-Umfrage lieferte zudem Einblicke in die Anliegen der Wirtschaftstreibenden. Ein wichtiges Ergebnis dabei ist die Stimmungslage für die nächsten zwölf Monate. Die Aussicht für die Wirtschaft wird generell positiv beurteilt und die Zufriedenheit mit dem Wirtschaftsbund, die ist sehr hoch. Die Mitglieder und Funktionäre des Wirtschaftsbund Niederösterreich sind sehr optimistisch, was jetzt auch die zwölf Monate betrifft. Also entweder gehen sie vom Gleichbleiben aus, aber in der direkten Differenz sieht man ein eindeutiges Bild, wo man glaubt, es wird sich eher verbessern. Acht von zehn sind einigermaßen zufrieden. Die Stimmung ist positiv, die Auftragslage ist gut, aber quer durch das Land gibt es zwei ganz große Probleme. Das erste Problem ist der Mitarbeitermangel und das zweite ist der Bürokratieabbau. Als Resümee fasst der Wirtschaftsbunddirektor zusammen. Im Wesentlichen gibt es drei Spielräume, die die Unternehmer brauchen. Der erste Spielraum, wir müssen die überbordende Bürokratie eindämmen. Der zweite Punkt, wo wir Spielraum brauchen, wir müssen dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Und der dritte Spielraum, wir müssen die Steuern senken, damit mehr Geld im Börsa bleibt. Anhand dieser Ergebnisse wird nun der Wirtschaftsbund Niederösterreich die notwendigen Maßnahmen erstellen. Das Arbeitsprogramm dafür ist bis 2025 geplant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017